Mein Name ist Julien Hofmann und ich mache eine Ausbildung bei der Helaba. Mein erster Kontakt mit der Helaba war quasi bei meinem Vorstellungsgespräch. Da habe ich die Leute zum ersten Mal gesehen und konnte mit denen Kontakt aufbauen. Ich habe mich einfach wohl gefühlt und deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden. Der Bewerbungsprozess lief so ab, dass ich mich erst über das Internet beworben habe, dann wurde ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und ich habe auch noch einen Test gemacht. Ich habe mich auch bei anderen Banken beworben, aber die Helaba hat mich einfach in dem Sinne überzeugt, da ich einfach viele verschiedene Möglichkeiten habe, wo ich mich weiterbilden kann, auch viel mehr Perspektiven, wo ich reingucken kann und das fand ich überzeugend dafür. Ich habe angefangen zu studieren und da habe ich halt gemerkt, dass mir der Praxisbezug einfach fehlt und auch, dass ich den Kontakt gar nicht so zu den Menschen habe, wie ich ihn gerne hätte und deswegen habe ich mich dann eigentlich auch entschieden eine Ausbildung zu machen und habe auch jetzt festgestellt, dass das das Richtige für mich war. Bei der Helaba schaut man halt viel mehr hinter die Kulissen als bei anderen Banken. Also die Ausbildung bei der Helaba ist total vielfältig und man kann auch überall reingucken und auch jetzt hier dann im Mindtower auch arbeiten zu dürfen, ist natürlich auch total schön und man fühlt sich einfach wohl. Bei meiner Ausbildung werde ich die ganze Zeit von meiner Ausbildungsleiterin begleitet. Die kümmert sich um alle Auszubildenden, also sie weiß von jedem Ausbildungsjahrgang und allen Ausbildungsbescheid und das hilft mir auch sehr, mich durch die Ausbildung zu führen. Wir tauschen uns unter den Auszubildenden immer sehr viel aus, wir erzählen uns sehr viel, wo wir gerade eingesetzt sind, wie wir das erleben. Ich fühle mich sehr wohl und ich freue mich auf jeden Fall auf die verschiedenen Einblicke, die ich noch bekomme. Für mich persönlich ist Nachhaltigkeit sehr wichtig, auch in meinem privaten Leben und es war mir auch total wichtig, ein Unternehmen zu finden, was auch darauf achtet. Die Helaba ist für meine Betriebe schon sehr nachhaltig und das finde ich super. Ich würde auf jeden Fall eine Ausbildung bei der Helaba empfehlen, dadurch, dass man so viele verschiedene Möglichkeiten hat und auch der Menschenkontakt einfach da ist und das ist mir persönlich sehr wichtig und ich kann es nur jedem empfehlen. Und wer das alles interessant findet, am besten jetzt bewerben.